Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Draw My Thing hier auf dem Maplex.com, Server oder was auch immer die Idee ist, die werdet ihr in der Beschreibung finden. Die Idee? Heißt es eigentlich ID oder IP? IP? Ich bin mir immer nicht ganz sicher irgendwie. Ich glaube aber IP. Oh, das ist doch die Idee. Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt auch scheißegal. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Ich werde jetzt in diesem Video, also die Hälfte des Videos werde ich jetzt mal, also das heißt bis zur Runde 6, werde ich mal, in der Hoffnung, dass es 12 Runden sind, bis zur Runde 6, werde ich hier mit dem, also werde ich es so wie immer aufnehmen und danach den Rest mit einem Ding. Yes, mit einem Schwamm über meinem Mikrofon und das habe ich nämlich bei YouTube gesehen, dass es irgendwie die Videoqualität verbessern soll, also das Rauschen, also nicht, ja die Videoqualität jetzt nicht, aber das Rauschen halt vom Mikrofon und das Rauschen kommt ja auch nur davon oder es kommt ja eigentlich auch nur vom Wind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Mikrofon puste oder so oder irgendwas komisches mache, dann... Ja, das ist ganz klar, dance. What the fuck? Junge. Ah, Punch, Mann. Das sieht ja aus, als würde er den beißen. Obwohl, der schlägt den ins Gesicht. Ach, verdammt. Genau. Ähm, ja. Ich habe alles gesagt, ne? Also ich werde das jetzt mal ausprobieren. Nach der Hälfte, so nach der 6. Runde, werde ich hier diesen Schwamm über mein Mikrofon stülpen. Ich habe das auch davor schon ausprobiert. Habe ein paar Testaufnahmen gemacht, aber irgendwie nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Also ich habe auch bei den Aufnahmen dann ohne den Schwamm, habe ich auch nicht wirklich das Rauschen gehört, aber manchmal ist es ja bei meinen Videos, ne? Das wisst ihr ja. Da ist manchmal so ein komisches Rauschen, das habe ich jetzt in den Testaufnahmen nicht bekommen. Vielleicht bekommen wir das jetzt gerade mal irgendwann. Oder vielleicht hatten wir das jetzt schon im Video. Ähm. Auf jeden Fall schreiten wir eure Meinung dann, wie ihr es findet. Ich weiß es nicht. Bear! Mann! Wie konnte ich das nicht wissen? Ach. Ja gut. So. Ach, 10 Runden sind es. Das heißt, nach der 5. Runde werde ich es tauschen. Lalalala. Ich rede jetzt nochmal so viel wie möglich. Pam, 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 pam. Wird mir noch einen Unterschied hört. Und wenn er ein Unterschied ist, dann werde ich jetzt in Zukunft immer mit diesem Schwamm über dem Mikrofon mit quasi einem Tonschutz, wie nennt man das? Windschutz. Aufnehmen halt. Selbergemachte Windschutz. Ähm. Hm. Swing! Ach, komm schon. Komm schon. Snor... Ach, du leck mich doch im Arsch. Was soll ich denn? Snorlex. Zeichnen. Machen wir mal ein fettes Monster hier. Also Snorlex ist ja relaxo, ne? Hoffe ich jetzt mal. Oh Gott. Oh Mann. Ich kann einfach nicht zeichnen. Komm. Oh yeah. Pokemon. Das sieht aus wie Polymon oder sowas. Ach Gott. So schlecht gezeichnet. Hm. Hehe. Es war jetzt echt ein bisschen peinlich. Äh gut. Jetzt werde ich mal ein Ding drauf machen. Einen Schwamm. So. Das ist jetzt der Sound mit dem Schwamm drüber. Ja. Ich verstehe. La, 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 la. So. Ich weiß nicht. ja Sugar Alter wäre ich wirklich nie drauf gekommen warum denn Zucker warum Gelb verstehe ich jetzt überhaupt nicht Sugar hey soll das Karamell sein hm verstehe gerade gar nichts mehr hm na gut so so sechs Buchstaben, die Freunde liebe Leute Freunde, das sage ich ja nicht mehr ähm Lenovo learn hä was ach komm hm ach komm leck mich ach bin ich schlecht puh sechs Buchstaben mal wieder das würde ich sagen ist das ist ja so eine Flasche oder sowas hm was ist das was ist das man kann gar nicht sein crayon what the fuck das licht das habe ich noch nie gehört machen mal so ein strahlen form von licht so jetzt machen wir es mal so 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 jetzt denken alle das ist sonne oder was soll hier licht darstellen es sieht irgendwie aus wie illuminaten oder nicht illuminaten das ist irgend so ein anderes wie so eine andere statue oder so die auch so aussieht irgendwie die auch irgendwie so strahlen oder so so war das gleich wieder ich weiß gar nicht mehr hm schauen wir mal was ihr jetzt zeichnet ob ihr überhaupt was zeichnet ich würde ja sie mhm ok yes summer und damit bin ich auf Platz 3 hoffentlich stößt mich jetzt keiner mehr runter ah yes ich bin auch auf auf Platz 3 das gibt fett Kohle passt auf oh what was 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 geht denn hier ab wieso bin ich erster hä jetzt warte mal Momentchen mal ich verstehe hier gar nichts mehr ich war doch dritter wieso ich war doch drüben auf der Liste war ich doch dritter wieso bin ich dann plötzlich erster geworden ok ich verstehe nichts mehr ähm schreibt mir mal wie ihr jetzt die Soundqualität fandet so am Anfang und jetzt äh in der zweiten Hälfte des Videos ob es besser geworden ist durch den Schwamm drüber über dem Mikrofon oder ob es überhaupt nichts geändert hat so wie ich das äh festgestellt habe in meinen Testaufnahmen schreibt es mal und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein bis zum nächsten Mal Vielen Dank.